Heute gibt es ein einfaches Rezept mit leckerem selbstgemachten Spaghetti aus dem Pasta Maker und einer cremigen Käsesoße. Um den intensiven Geschmack etwas abzumildern, habe ich das traditionelle Rezept etwas abgewandelt und eine Mischung aus Parmesan und Pecorino verwendet. Als erstes mische ich die Eier und das Wasser gründlich zu einer homogenen Flüssigkeit. Dann lehre ich das Mehl in den Behälter mit der integrierten Waage. Die Mengenangaben müssen ziemlich genau beachtet werden, damit das Rezept funktioniert. Ich wähle einen manuellen Modus, starte die Zubereitung und lehre nach und nach die Flüssigkeit in den Behälter. Es dauert etwa drei Minuten, bis die ersten Nudeln ausgegeben werden und weitere zehn Minuten, bis die gesamte Menge für vier Personen fertig ist. Währenddessen bringe ich Wasser zum Kochen, reibe den Parmesan und Pecorino und schneide ab und zu die Nudeln in einer Länge von etwa 15 bis 20 Zentimetern ab. Die hausgemachten Spaghetti haben eine sehr raue Oberfläche. In einer Pfanne erhitze ich frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer bei niedriger bis mittlerer Hitze. Dann koche ich die frischen Nudeln für etwa 1 bis 2 Minuten. Dabei entnehme ich dem Kochtopf einen guten Schöpfer Nudelwasser und gieße damit den schwarzen Pfeffer ab. Auch in die Käsemischung kommt ein kleiner Schöpfer Nudelwasser. Jetzt füge ich die Spaghetti der Pfanne hinzu und schwenke sie dabei ordentlich unter. Anschließend füge ich die Käsemischung nach und nach in die Pfanne und mische sie ebenfalls mit den Nudeln unter. Durch ihre raue Oberfläche nehmen die Spaghetti die Soße noch besser auf. Es entsteht eine extrem cremige Mischung, die sofort auf einem Teller serviert und genossen werden kann. Guten Appetit!